Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Philipp Baum und ich beschäftige mich auf meinen Kanälen, aber auch im echten Leben, das heißt hier in meinem Büro mit echten Leuten, nur mit dem Thema zunehmen. Wir sprechen heute mal eine sehr, sehr wichtige Thematik durch, die ich glaube am 23. März beginnen wird und zwar der Ramadan. Denn in meinem Coaching sind auch gerade zwei Personen, die darüber nachgedacht haben, jetzt den Ramadan zu nutzen und vielleicht auch mal zu fasten und das Ganze wirklich umzusetzen. Und denen möchte ich vor allem ein paar Tipps mitgeben, wie das Ganze vielleicht besser funktionieren kann, auch wenn sie es vielleicht nicht machen werden. Also, was ist das? Im Groben gibt es einen Fastenmonat, das heißt wir essen nur in der Nachtzeit. Wie gesagt, ich kann das so ganz grob erstmal umschreiben, das reicht uns auch um diesen Sachverhalt einfach zu klären. Und wir müssen uns so ein bisschen darauf vorbereiten, denn klar, uns fehlt ein riesengroßer Zeitplan, den wir nutzen, wenn wir normal essen würden, um eben die Kalorien zuzuführen, die wir brauchen, um zuzunehmen, beziehungsweise um eben nicht weiter abzunehmen. In den meisten Fällen ist das Ganze ein bisschen problematisch, denn natürlich haben wir nur ein sehr, sehr viel kleineres Zeitfenster und müssen eine sehr, sehr hohe Anzahl an Kalorien, an Energie zuführen, um eben zuzunehmen. Und deshalb möchte ich dir gleich vorweg sagen, das ist keine leichte Sache, das ist eine sehr, sehr komplexe, schwierige Angelegenheit. Aber ich möchte dir zumindest mal zwei, drei Punkte mitgeben, die dir dabei helfen können, möglichst schnell, möglichst viel Energie zuzuführen und das Ganze dann eben auch zumindest mal im Monat durchzuhalten. Also, wie gerade festgestellt, wird das Thema zunehmen in dieser Zeit relativ schwierig. Wir müssen im Normalfall zumindest mal 500 Kalorien am Tag Überschuss haben, damit wir eben über eine Woche gesehen so ein halbes Kilo draufpacken können. Da kommen noch vielleicht ein, zwei Tage dazwischen, die vielleicht nicht so gut laufen. Das heißt, wir könnten realistisch 0,3, 0,4, 0,5 Kilogramm zunehmen in so einer Woche, wenn wir eben möglichst durchziehen. Und das kann man natürlich nicht, wenn dieses Zeitfenster so gering ist. Und deshalb sollten wir uns in diesem Zeitfenster, das ist nun mal abzusehen, wie lange das Ganze dauert und das ist auch schön daran, sollten wir uns zumindest auch beschränken, dass wir eben nicht weiter abnehmen und Lebensmittel nutzen, die eben sehr kaloriendicht sind. Und darauf möchte ich heute eingehen. Es gibt Lebensmittel, die sind eben nicht so dicht und es gibt Lebensmittel, die sind eben energiedichter. So nennt man das Ganze. Es gibt auch eine E-Wert-Tabelle. Ich habe auch mal eine große Datei angelegt, wo ganz, ganz viele Lebensmittel drin sind, die ist bis heute nicht erschienen. Du kannst das Ganze aber auch nachgoogeln, beziehungsweise deinen Menschenverstand einfach einschalten und wirst dann ziemlich schnell ein paar Lebensmittel finden, die auch in deine Ernährung passen. Und dazu möchte ich dich jetzt erst einmal herzlich einladen, die Leute in den Coachings machen, das sowieso schon, mal eine Zeit lang deine Lebensmittelzufuhr irgendwo zu dokumentieren. Du kannst dafür Apps nutzen, du kannst auch gerne einfach ein Buch nutzen, wo du es reinschreibst, damit du am Ende des Tages weißt, okay, das und das habe ich gegessen, das hat vielleicht so und so viel Energie und jetzt können wir dazu rübergehen und einfach mal schauen, was ist denn davon energiedichter als ein anderes Lebensmittel. Es gibt Lebensmittel wie beispielsweise einen Salat, den kann man da super gut nutzen, um das zu erklären. Der ist voll mit Wasser, mit Flüssigkeit und somit relativ energieundicht oder relativ energieleer. Das heißt, wir haben bei 100 Gramm Salat wahrscheinlich 80 Gramm Wasser und 20 Gramm Materie, die eben dabei helfen kann, diese Kohlenhydrate zuzuführen und im Endeffekt zuzunehmen. Dann gibt es zum Beispiel sowas wie Nüsse. Diese sind eben viel, viel voller. Du hast viel weniger Wasser, du hast sehr, sehr viel mehr Fett und Fett ist der energiereichste Makronährstoff. An dieser Stelle würde ich also zum Beispiel die Nüsse bevorzugen und so kannst du gerne mal in deine Ernährung reinschauen und deine Ernährung mal auseinandernehmen und mal schauen, was sind denn Lebensmittel, die extrem viel Flüssigkeit mit sich bringen, was sind Lebensmittel, die vielleicht nicht so viel Flüssigkeit mit sich bringen, was ist vielleicht auch ein Lebensmittel, was ich schnell zubereiten kann, was ist ein Lebensmittel, was ich gut mitnehmen kann und mit diesen Lebensmitteln baust du dir gerne einen Plan zusammen, mit dem du zumindest mal so bei plus minus null in den nächsten Tagen und Wochen dann fahren kannst. Besorg dir bitte Nüsse, das ist grundsätzlich ein Tipp, den hast du schon x Male gehört, du musst es eben umsetzen. Besorg dir bitte sowas wie Haferflocken, besorg dir bitte sowas wie Reis und Nudeln, auch wenn die nach dem Kochen sich natürlich auch mit Flüssigkeit vollgesogen haben, sind sie relativ energiedicht, relativ besser als zum Beispiel ein Salat oder ein Gemüse das wäre. Trotz alledem solltest du natürlich auf Gemüse und Obst trotzdem Wert legen, denn du brauchst auch dieses schnelle Kohlenhydrat, damit du eben schneller Appetit bekommst, damit du eben die Mikronährstoffe zuführst, die Vitamine zuführst und eben gesund bleibst in so einer Zeit. Als guter Tipp am Rande kannst du dir merken, kurzkettige Kohlenhydrate regen deinen Appetit an. Das heißt, wenn du mal ein Appetitproblem haben solltest, dann führ kurzkettige Kohlenhydrate zu. Säfte, Süßes, auch wenn Süßes vielleicht jetzt gerade da mal nicht dran ist, vielleicht auch ein bisschen Süßes, was natürlich ist, ja, vielleicht ein bisschen Obst, damit du eben wieder Appetit bekommst für die nächste Mahlzeit, damit du eben dieses kurze Zeitfenster ein bisschen besser nutzen kannst. Auch deine Flüssigkeitszufuhr, die natürlich auch da begrenzt ist, kannst du nutzen, um ein bisschen Energie zuzuführen. Da habe ich eben schon die Säfte angesprochen. Du kannst natürlich auch über diese Säfte hinaus andere Getränke nutzen, die eben auch ein bisschen Kalorien mit sich bringen, auch wenn diese dann vielleicht nicht ganz so gesund sind, helfen sie uns zumindest dabei, in dieser Zeit nicht weiter abzunehmen, beziehungsweise sogar ein bisschen was draufzupacken. Wenn du dabei Hilfe brauchst und sagst, hey, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze so angehen soll und soll ich überhaupt fasten, soll ich das Ganze überhaupt tun, ist das vielleicht nicht schlecht für meinen Körper, dann lass uns gerne darüber sprechen. Ich lade dich ein und ich blende es dir auch gerne mal ein zu einem kostenlosen Erstgespräch. Komm gerne ins kostenlose und komm gerne in dieses unverbindliche Erstgespräch und lass uns mal gemeinsam schauen, was du vielleicht umsetzen kannst, damit du eben nicht abnimmst, sondern vielleicht sogar ein bisschen was zunimmst, auch in so einer Zeit, wo du vielleicht fastest. Ich hoffe, dass dir diese kleinen Tipps weitergeholfen haben und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Philipp. Bis dahin, dein Philipp. Untertitelung des ZDF, 2020